Alle Segel klar zum Setzen! Leesegel einholen! Leesegel heißen, los geht's! Wow, ist das knapp! Ich weiß, unser Mädchen kann sehen! Alle außer Großbergen! Käpt'n ist am Steuer! Andocken, Jungs! Ah! Wisst ihr, wie das aussieht? Wie, äh... Das, äh... Tatsächliche Tortuga zu der Zeit. Beziehungsweise, es gibt heute auch eine Insel, die so ähnlich aussieht. Wonach das, äh... Tortuga in, äh, Flucht der Riebig nachempfunden wurde. So, jetzt sollen wir einen mittel starken Rumpf kaufen. Dann machen wir das mal. Hübsches Schöpfchen! Ah! So, aber da wir ja schon ordentlich, äh... Zeug angehäuft haben, werden wir jetzt mal... ...noch ein bisschen mehr kaufen. Zwanzig Leute mit, äh... ...und zwanzig Fässer rumplündern, genau. Sehr gut. Dat hat Spaß gemacht. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, und Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man... ...nur ein paar Tropfen Blut... ...und Schweiß... ...und ein paar Fetzenstoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts... ...als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Na, gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten. Brauchen wir Gold sowie Kanonen. Du meinst, die Navy angreifen? Solange es König Philips Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern... ...dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Kenway. Captain Kenway. Hört sich doch schon viel besser an. So. Wir werden aber jetzt mal ein bisschen was kaufen. Und zwar als erstes mal... Hey, wo ist mein alter Irrmantel? Piratenmantel? Freibeutermontur ist ja sehr geil. Oder Piratenkapitänsmontur. Aber 8000... Naja, ich bleib erstmal bei der Kutte. Was haben wir noch für Pistolen? So oft setze ich die eigentlich gar nicht ein. Ach, die kosten mich gar nichts. Ja, ich glaub, die überhalte ich erstmal. Die scheinen sehr gut zu sein. Und für unser Schiff. Ein paar Upgrades. Stärke des Ramsporns auf jeden Fall. Ah, ok. Dörfen wir noch nicht. Finde ich aber gemein. Und Flotte ist auch noch nicht verfügbar. Was ist hier überhaupt verfügbar? Na gut. Müssen wir erstmal weiterziehen. Captain steuert! Segel setzen, Bewegung! Volles Segel, Bewegung! Wir sind außer Gefahr, Sir! Das Fenro habe ich doch schon eingesetzt. Freiheit! Zugehören! Segel resten raus aus der Böe! Eine Brick! Zucker, schwere Kugeln, Mörsergeschosse. Heer Segel, Männer! Segel voraus! Eine Militärbrick am Horizont! Gutes Augenmann! Bist du bereit dafür, Canway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruft Ei! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy Jungs! Die können ebenso Ram wie Breitseiten geben! Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein. Oder? Nein! Gute Idee! Feuer! Ja! Erwarten fehlen! Alle Mann auf Position! Feuer! Gut, dass wir die in Ramm-Spuren versteckt haben. Und jetzt eine volle Breitseite. Fahrstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Bereit zu feuern! Reff die Taub- und Brabsegel! Lassen Sie uns Segel an uns kämpfen! Feuer! Ja! Feuer! Brabsegel, Reff! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ja, das ist schon deutlich interessanter. Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Alles klar für die Mappen! Feuer! Wir haben getroffen, Sir! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Was ist los? Wo willst du hin? Nimm die Ketten der Schosse! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Brab! Mach Segel! Bring die Hauptsegel in den Wind! Alles setzen und schafft zum Wind ausrechten! Alle Segel setzen, Jungs! Mach- und Top-Segel bergen! Jetzt gilt es, Jungs! Rettet sie in den Arsch! Und lasst sie britischen Stahl schmecken! Los, komm schon! Einmal rüber! Einmal rüber! Na komm schon! Eins! Zwei! 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 Ne! Geht doch! Ne! Doch nicht! Ah! Jetzt aber! so jetzt aber ich brauche neue pistolenkugeln dringend checktor reparieren natürlich ich habe waren erbeutet mit denen nebel aus dem weg alle segelreffen sie Männer großsegel bergen der segelmänner segelreffen raus aus der Föhl gib mir etwas Spaß an Schothorn an die Schoten wir brauchen dringend Metall Metall 55 der gehört uns der gehört uns oder die wir sind ein schiff voller verdampfen der nebel ist auf unserer seite volle kann rein feier ihre Sprachstelle ist ungeschützt schießt der Waffenbefehle feier alle außer großen Bergen hinten wir hier mal großsegel los geht's sie darf uns auf keinen Fall rammen kapitän Leesegel heißen los geht's feuer hee ha 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 Buy hee Feuer ein guter Treffer könnten sie lahmlegen Feuer aber wenn ich so still bin dann liegt das daran dass ich michực grad konzentriere Weil es da doch schon deutlich anstrengend ist. Minikatte. Nebenbei noch manövrieren und angreifen und richtige Kanonen auswählen. Nochmal. Nachladen, Männer. Nochmal. Nachladen, Männer. Volle Breitseite. Komm da her. So wird's gemacht. Na komm. So. Eins. Zwei. Drei. Naja, immerhin vier. Er kommt schon. Er kommt schon. Ich muss echt mehr auf Kombo gehen. Es ist echt anstrengend, so, dafür haben wir jetzt ordentlich Metall. Anstatt die einfach mal die ganzen Kanonen mit rüber schleppen. Und die einfach per Schlepptau in den Hafen bringen, in den Piratenhafen, und dann einfach die Kanonen einmal komplett rüber. Na ja. Ich sag dazu nix. Siegelsetzen, Bewegung! Setzt jeden Zoll Säge! So, und dann mal wieder schön weit aufs offene Meer. Und hoi. So, wir schnappen uns mal die Brick da vorne. Ich hoffe nur, dass die anderen da nicht zur Hilfe kommen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Feuer! Ja, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen. Erwarten Befehle, Captain. Geht ihnen eine Flut. Leihsegel einholen! Macht euch bereit! Wir ersten! Hinter dir! Mars und Tarpsegel werken! So, äh... Alle Segelsieber! Einmal wenden. Den Typen noch retten. Wenn sie uns rammen wollen, sind Miene noch eine gute Antwort. Ja! Bereitsch und Feier, Sir! Auf, geier! Wo, 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 wo! Armsegel raffen! Vieren und einholen! Obersegel bergen! Großsegel setzen! Armsegel niederholen! Feuer! Ja, ja, ja! Hahaha! Sind bereit, Sir! Hol sie nieder! Raus aus dem Wind! Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Bereits zu feiern, der Segels! Wow, wow, wow! Mars und Tarpsegel werken! Die geben wir uns ja auch Freizeiten. Sie will uns rammen! die hauptsegel haltet euch fest getroffen lessegel einholen wahahahaha wahahahaha na komm nur komm nur wahahahaha auch mit verderben gegen zwei auf einmal ohne große auslösen wir geben uns eine volle breitseite nein unter den wellenkampfer stecken alle aus der groß bergen ab in die wanden und heist warm in die wanden alle segelreffen ab in den wellenkampfer stecken ab in den wellenkampfer stecken ab in den wellenkampfer stecken ich glaub also es wird schwer es wird richtig schwer nein nein es war so knapp es war so knapp na gut wir sehen uns ja doch das kennen wir jetzt schon Leute wir sehen uns in der nächsten Folge wieder tut mir leid aber ich hole uns mal noch ein paar Priesen rein also bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Black Flag High High Sally Brown Down to Trinidad to see Sally Brown boys ro round r 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